Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch und zur Besprechung von Masters of the Air. Eine Serie, die am 26.01.2024 auf Apple Plus läuft. Mit Masters of the Air geht's in die dritte Runde der Hanks und Spielberg Serienproduktion. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe meine tapferen Wingmans dabei und zwar Hallo Manuel. Ja, hallo, freut mich dabei. Und natürlich hallo Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag und immer blauer Himmel, nicht wahr? Mit diesen beiden ziehen wir in die Schlacht. Wir durften die Serie schon vorab sehen, vielen herzlichen Dank hierfür. So, seid ihr Fans von Bob und Pacific? Absolut. Absolut. Also, wenn ich immer über Filme und Serien rede, hat man immer irgendwie so ein Paradebeispiel, wo man sagt, okay, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, meine absolute Lieblingsserie. Und was jetzt Serien angeht, finde ich, ist Band of Brothers das Paradebeispiel, was einen mitzieht und was einfach die Geschichte des Zweiten Weltkriegs einfach verdammt gut und authentisch erzählt, die auch vor allem von Veteranen hoch gelobt wird für ihren Realismus und großartig. Natürlich ist The Pacific ein bisschen anders als Band of Brothers, das wissen wir, aber trotzdem alles großartig. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut über diese dritte Serie. Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe noch echt lebhafte Erinnerungen, wie wir damals im Keller bei meinem besten Kumpel, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, Band of Brothers war 2001. Und wie wir da Band of Brothers geschaut haben und wirklich, man war so drin und hat das so irgendwie gefühlt, was da abgeht, diese Erbarmungslosigkeit. Beim The Pacific konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an viel erinnern. Ich habe erst mal nochmal einen Trailer angeguckt, um wieder ein bisschen was in Erinnerung zu rufen. Aber ja, also da war natürlich die Erwartungshaltung hochgesteckt, würde ich sagen. Ja, ging mir auch so. Also ich liebe Band of Brothers. Ich weiß nicht, wie oft ich die geguckt habe. Und jedes Mal, wenn irgendwo eine Folge läuft, bleibe ich eigentlich fast immer dran. Mit Pacific hatte ich tatsächlich meine Probleme. Ich habe es nie ganz zu Ende geschaut. Ich habe ein paar Folgen immer wieder mal angefangen, aber ich konnte da einfach keinen Bezug zu aufbauen. Und ich fand auch die Nebenstories irgendwann total langweilig. Und nee, die habe ich mir nicht weitergegeben. Aber ich war tatsächlich, als ich gehört habe, es geht weiter mit Masters of the Air, dachte ich noch, oh ja, da habe ich echt Bock drauf. Budget liegt bei ungefähr 300 Millionen Dollar. Das ist dann auch schon wieder was. Also die Namen sprechen ja sowieso für Qualität. Wir haben in der Regie Tim van Patten sitzen, der auch Deadwood gemacht hat, der Sopranos gemacht hat. Und natürlich auch Cary Fukunaga, der True Detective, den letzten Bond, Beast of No Nation. Der hat die ersten vier Episoden gemacht. Nach dem ersten Trailer, wie groß war euer Hype Train? Wurde er größer oder kam ein bisschen Ernüchterung? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mir den Trailer angeschaut, als wir die Screener bekommen haben. Also ich wusste gar nicht, dass die Serie rauskommt. Und das ist ja auch zum Zeitpunkt unseres Sichtens noch ein bisschen hin. Darum habe ich mir den Trailer gar nicht so genau angeguckt, weil ich mich da selten von spoilern lassen möchte. Und hatte nur gesehen, okay, Masters of the Air geht in Richtung Band of Brothers und Pacific. I'm sold. Kenny? Ich hatte mir den Trailer auch erst angeguckt, nachdem ich schon ein paar Folgen geguckt hatte, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Und auch die Meinung von den Leuten zu hören wollte, die sich darauf freuen. Ich hatte mich eher über Lesejournalismus quasi daran beschäftigt. Ich habe das irgendwann irgendwo gelesen und gehört, ja, dritte Serie kommt endlich irgendwann raus. Und da war ich voll begeistert. Und als dann natürlich gesucht wurde, wer will was dazu machen bei uns hier in der Redaktion, habe ich natürlich gleich hier gerufen und habe mir das gekrallt. Also da war kein Trailer notwendig für mich. Man müsste bis irgendwo hinschreiben, dritte Serie nach The Pacific Band of Brothers reicht. Du brauchst gar keinen Trailer tatsächlich. Die beiden sprechen so gut für sich, dass du gar keinen Trailer brauchst. Tatsächlich, der Trailer. Alles zusammengestaucht. Du weißt nicht, ob die Optik und wie das alles da so aussieht, dann auch im Endprodukt so aussehen wird. Von daher bin ich mittlerweile bei Trailer nochmal ein bisschen vorsichtig. Wie ging es euch da? War das bei euch auch so, nachdem ihr ihn gesehen habt? Also, als ich ihn gesehen habe, war ... Nee, sag. Klar, war der Hype noch größer. Also man muss ja auch hierzu sagen, wir haben eine Vorabversion. Ich werde auch nachher ein bisschen über die CGI meckern, also über das CGI meckern. Aber ob das im Endprodukt jetzt halt wirklich auch dann so aussieht, ist fraglich. Also es könnte schon sein, dass die da noch ordentlich nachbessern. Und bei ein paar Dingen wäre es auch echt nötig. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie der Trailer ... Ich kann mich nicht an den Trailer erinnern, muss ich sagen. Wie der Trailer im Verhältnis zum Intro steht? Weil das Intro ist ja auch sehr lang. Und ich finde das tatsächlich ziemlich hässlich. Wenn der Trailer auch in die Richtung geht, dann finde ich es fast schon schwierig. Aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, also der Trailer hat selbst zwar nicht für das Intro gemacht, sondern es waren einfach so Ausschnitte aus der Serie selbst. Vor allem so die actionreichen Sachen aus der Luft. Oder halt so diese kümlichen Shots, wenn die im Cockpit sitzen und dann in die Kamera gucken. Aber optisch ist der Trailer eigentlich genauso wie unser Screenermaterial tatsächlich. Aber wenn du eh schon das Intro angesprochen hast, fangen wir gleich da damit an. Wie hat es euch gefallen? Du hast gesagt, es war dir zu lang, Manuel. Es geht zwei Minuten zwölf. Es ist sogar noch kürzer als Bob. Und Pacific. Die gehen nämlich länger. Okay, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das Intro ultra lang ist und fast fünf Minuten geht. Aber das habe ich nur nach Gefühl aufgeschrieben. Ich finde aber, dass in dem Intro sind einfach sehr viele der, ich sage jetzt mal, kitschigen und monumentalen Szenen aus der Serie verarbeitet. Und dadurch ist der Look von dem Intro, finde ich, sehr artifiziell. Es ist viel farbig, viel künstlich. Ja, es sieht halt schon viel nach Computer generiert aus. Allein schon im Intro hatte ich so das Gefühl. Und nur die epischen Shots jetzt drin und so. Und das weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie wenig einfallsreich, da einfach die Shots, die alle im Grunde im Folgen der nächsten Episoden noch kommen, jetzt da als Intro zu benutzen. Dann weiß ich jetzt, erinnere ich mich wie gesagt nicht mehr dran an die auf Band of Brothers oder so, aber ich habe das Intro immer geskippt. Also es ist ja dramatisch gemacht mit viel schöner Musik. Das kann man der Serie überhaupt nicht anlasten. Musikalisch ist die wieder großartig gemacht. Aber die, das Intro, das Intro Spoiler tatsächlich. Ist dir das aufgefallen? Da kommen ja Charaktere in dem Trailer vor, in dem Intro, die ja erst in Folge 7 oder 8 irgendwann erscheinen. Und du hast kleine Info, das ist jetzt kein Spoiler. Das sind, du siehst Charaktere, wo du nicht weißt, die laufen irgendwo lang. Und du siehst den Hintergrund, kannst du schon denken, wo die sind. Dann irgendwann kommt die Folge, wo du dann endlich diese Charaktere endlich mal kennenlernst. Findest raus, ah, das sind ja Piloten. Aber aus dem Trailer weißt du schon ganz genau, okay, die müssen abgeschossen werden. Weil du siehst in dem Intro, dass die woanders sind. Und zwar nicht in der Luft. Das ist schon ein Spoiler im Intro. Zum Ende der Serie. Das ist wirklich, keine Ahnung. Also die hätten das vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Und es ist zu lang tatsächlich. Ich gebe euch davor der Meinung, es ist wirklich zu lang. Aber gut, sollen sie halt machen. Aber dann sollen sie halt vielleicht dann Sachen einbauen, die in der Folge vorkommen. Oder vielleicht schon vorkamen dann anschließend, die halt nicht spoilern. Dass jedes Intro anders ist und nicht jedes Intro gleich. Dass du halt in der ersten Folge Charaktere siehst, die erst in Folge 8 oder 7 oder sowas vorkommen. Das fand ich doof gemacht. Also ich muss sagen, ich mochte das Intro tatsächlich wirklich sehr gern. Also sie haben es wirklich monumental aufgebaut. Erst leise Musik, die sich dann immer weiter steigert. Dann kommen immer drastischere Bilder. Ich muss sagen, ich habe da tatsächlich auch die Leute, bei denen, aber zu dem komme ich noch genug. Hat mir das Intro sehr, sehr gut gefallen. Und ich dachte am Anfang auch, ey, das geht ewig. Und dann habe ich mir aber, habe ich die Stoppuhr angemacht, habe mir das Intro angeguckt. Habe mir dann das Intro von Bob angeguckt und von Pacific. Und dachte, oh nee, es ist sogar noch kürzer. Aber gut, ich fand es monumental gemacht. Mir hat es gefallen. Mich hat es eigentlich auch noch dann auch nochmal richtig aufgepeitscht und nochmal richtig heiß gemacht. Und gedacht, okay, geil, gleich geht es los. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Bevor wir aber dazu kommen. Manuel, du hast dich freiwillig bereit erklärt. Worum geht es denn so im Groben? Ja, das machen wir natürlich gerne. Es geht im Groben um das Begleiten von ein paar der Hauptfiguren und einigen anderen in der hundertsten Bombengruppe während des Zweiten Weltkriegs. Und wir sind in der Zeit von Frühling 1943 bis Kriegsende im Grunde, 1945. Und dort werden Amerikaner auf einem britischen Militärflughafen stationiert, eben dieser hundertste Bombengruppe. Und von dort aus fliegen sie Präzisionsangriffe auf strategische Ziele der Deutschen, die jetzt gar nicht unbedingt nur in Deutschland liegen müssen. Und genau, die Bomber, die verwendet werden, sind hauptsächlich B-17-Bomber, die dann in der Serie auch als fliegende Festung bezeichnet werden. Und hat dann eine Besatzung von, recherchiert habe ich, elf Mann. Und sie müssen sich dann jetzt gegen deutsche Jäger und Flak behaupten. Und jetzt begleiten wir Piloten, Navigateure, verschiedene Leute, die unterschiedliche Positionen haben, eben in diesem Squad. Und erzählt wird das Ganze von einem Erzähler, was ich tatsächlich ganz interessant fand, weil man, für mich war es eigentlich ganz passend, weil man so relativ einfach am Anfang und Ende der Folge und vielleicht mal mittendrin so Statusinformationen dem Zuschauer geben konnte. Hey, wo sind wir gerade? Was passiert hier? Ohne, dass man die jetzt plakativ in der Serie mit, weiß ich nicht, in einem Gespräch oder Zahlen wieder darlegen muss. Und der Erzähler ist aber aus der Ich-Perspektive. Und da dachte man am Anfang, ich habe direkt angefangen zu überlegen, okay, hey, der ist jetzt aus der Ich-Perspektive. Das heißt ja, diese Person muss überlebt haben. Und das fand ich eigentlich, muss ich sagen, ganz spannend, weil man direkt am Anfang, mir war es nicht klar, wer es jetzt am Anfang so mitgerätselt hat. Klärt mich gerne auf, wenn das bei euch anders war. Bei mir war es dann Folge 4, glaube ich, wo ich dann das erste Mal erfahren habe, okay, diese Person ist der Erzähler. Und das hat dann für die Person so ein bisschen das Spannungsmoment rausgenommen. Aber ich fand das eigentlich eine ganz interessante Idee. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war? Na, ich war der Meinung, dass es mehrere Personen waren, die die Geschichte erzählt haben, oder? Es war doch nicht nur die Perspektive von einer Person, sondern es war doch die Perspektive von mehreren. Weil es gab doch auch verschiedene Erzählerstimmen. Ja, dachte ich auch. Echt? Na, also du hattest Bucky, der teilweise seine Geschichten erzählt hat. Du hattest aber auch die von Crosby, dem Navigator, vor allem. Und ich glaube, das wurde ein bisschen so vermischt. Allgemein, das ist ja auch so ein Ding von The Pacific oder auch Band of Brothers. Die erzählen ja in der Regel nur Geschichten, die auch wirklich passiert sind. Auf Grundbasis von Veteranen, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Also interessanter Fakt dazu, dass die meisten dann immer irgendwas 40 Jahre später ihre Geschichten geschrieben haben. Die haben meistens jahrelang ihre Klappe gehalten, konnten und wollten nicht darüber reden. Und plötzlich kommt irgendwann der Moment, wo die sich denken, ey, ich muss das irgendwie verarbeiten. Und dann fangen die ja an, Bücher zu schreiben. Und meistens sind diese Bücher die Grundlage für diese ganzen Serien, die wir hier gerade gucken und besprechen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das halt wirklich Echtzeitberichte sind. Ja, wobei man da, also da tue ich mich tatsächlich echt schwer. Ja, weil ganz oft die Leute sagen, ach Gott, ja und genau so und ha. Man darf nicht vergessen, diese Serien basieren nur auf diesen Büchern. Das heißt, das wurde ordentlich ausgeschmückt. Damit habe ich ein Problem, wenn jemand das als Referenz für Geschichtsunterricht ranzieht und sagt, hier, nee, das ist eine Serie zur Unterhaltung. Das ist keine, sonst wäre es eine Dokumentation. Und dann würden sie es nicht als Spielfilm aufziehen, sondern als Doku aufziehen. Das ist richtig. Da ist es, also finde ich, ist es immer so, das ist schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Also dass die Ereignisse auch so stattgefunden haben, klar. Aber es wurde halt wirklich viel ausgeschmückt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe kein einziges der Bücher bis jetzt gelesen. Ich hatte mich mit einem Charakter, der als, wie heißt das, als Nachschub, also quasi, die verlieren ja einige Einheiten. Das heißt, die haben eine ziemlich hohe Verlustrate. Deswegen heißen sie ja auch, dass die Bloody Hundred, also die blutigen Hundert, weil sie einen sehr hohen Verlust haben. Dementsprechend kriegen die immer wieder Nachschub von Personal und Flugzeugen, um die wieder aufzufüllen. Und da kommt einer dazu später, wo sich dann rausstellt, dass der dann im Nachhinein als Veteran mit über 50 Einsätzen oder sowas dann den Krieg verlassen wird. Und der hat seine Geschichte auch erzählt. Der wurde dann wirklich ein richtiger Veteran mit über 50 Einsätzen. Und wurde auch erzählt. Er wurde zum Beispiel in der Serie einmal abgeschossen. Aber tatsächlich wurde er schon zweimal abgeschossen. Und das eine Mal wurde gar nicht erwähnt, wurde gar nicht gezeigt. Also das heißt, es ist sogar teilweise sogar runtergekürzt, runtergebrochen. Ja, ich denke, das hat man ja bei so Serien eigentlich immer. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe die Buchvorlagen, literarischen Vorlagen zu allen der Serien jetzt auch nicht gelesen. Aber es ist ja wie schon bereits angesprochen, einfach eine Serie. Es ist keine Dokumentation. Die Ereignisse und die Leute, die sind passiert und gibt es. Und ja, wie viel da jetzt in bestimmten Szenen, dass man das nicht alles für bare Münze nehmen kann, sollte einem eigentlich klar sein, denke ich. Ja, denke ich auch. Aber das ist auch okay. Also wie gesagt, zur Unterhaltung alles cool, aber das als Referenz für irgendwelche Geschichtsunterrichten herzuziehen, halte ich persönlich für falsch. Aber egal, anderes Thema, Masters of Air. Wir folgen wieder vielen Charakteren. War es für euch problematisch, sie auseinanderzuhalten? Weil ich hatte damit echt ein wirkliches Problem. Wir haben das Problem, dass wir zwei Charaktere haben, die quasi den gleichen Witznamen haben. Und zwar Buck und Bucky. Was ja auch in der Handlung als Gag aufgezogen wird. Weil ja viele, die die beiden kennenlernen, weil sie ja schon Kumpels sind, sich fragen so, ja, es war beide Bucky oder Buck. Das war wiederum ganz witzig. Ich kann dir gar nicht sagen, welche von beiden nun Buck und welche andere Bucky war. Aber ich weiß, die beiden zusammen sind Buck und Bucky. Ja, das hat es nicht einfacher gemacht. Und wie gesagt schon, die Fülle an Personal, die man im Grunde begleitet. Und die, ja, im Flugzeug haben die dann halt auch ihre Uniform und Ausrüstung an. Und dann haben sie noch ihre Kopfhörer an und ihre Helme und Uniform. Und am Ende sieht man vielleicht noch die Augen, weil sie haben ja dann auch ihre Masken auf, wenn sie dann in der Luft sind. Und da war es echt teilweise, fand ich, richtig schwer, dem zu folgen, wer da jetzt gerade wer ist. Oder auch, man muss ja auch irgendwie Uniform auseinanderhalten verschiedener Länder oder jetzt verschiedene Flugzeuge auseinanderhalten verschiedener Länder und so weiter. Das war schon anspruchsvoll, würde ich mal nennen. Aber habe ich jetzt nicht so unbedingt als Kritik oder Negativpunkt wahrgenommen, weil es dann ja sich schon irgendwann rauskristallisiert. Okay, was sind jetzt hier so wirklich, ich sag jetzt mal, die Hauptpersonen, die man verfolgt und die hatte man dann schon irgendwann auf dem Schirm, dass man jetzt nicht alle anderen mit Namen kennt. Ja, mein Gott, war auf jeden Fall irgendwann so. Ja, also ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich, und ja gut, naja, bis auf ein, zwei Charaktere den Rest absolut austauschbar fand. Die sehen alle gleich aus. Die haben alle, klar, natürlich, gleichen Haarschnitte, gleiche Schnauzer und in den Uniformen kannst du sie kaum irgendwie auseinanderhalten. Und das fand ich schade, weil du gerade zum Beispiel bei Bob dir relativ schnell den Namen gemerkt hast. Also zumindestens ging es mir so. Ich konnte dir nach der zweiten Folge schon Randalman, bla 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 und alles runterbeten. und hier hatte ich echt so das, die hätten mittendrin auch einige austauschen können und hätten andere Schauspieler. Ich hätte es nicht gemerkt, weil mir einfach auch so der, der diese charakterlichen Auffälligkeiten fehlen. Die benehmen sich alle, die quatschen alle gleich. Da gibt es keiner, der irgendwie aus der Masse ein bisschen raussticht, sondern ist alles gleich. Das fand ich ein bisschen schade. Na, vielleicht hängt es aber auch mit dem Berufszweig der Piloten zusammen, weil die wirken alle so ein bisschen wie, ich habe mir übelst das Ego, weil ich bin Pilot und alle übelst die Player, die Bock auf die ganzen Krankenschlösser haben, die da arbeiten. Ja, aber dann hättest du doch wenigstens ein, zwei gehabt. Du hast ja immer welche, die ein bisschen rausstechen. Also. Na, hast du ja tatsächlich. Findest du? Gerade, gerade Rosie, finde ich, ist, ist, ist da von allen der, der bodenständigste, der nicht halt so auf Player und, und selbstbewusst und hier komm, oh, ich bin der Geilste, macht. Da waren mir tatsächlich zu wenig charakter, charakterliche Züge. Also ich fand die alle wie Abziehbilder. Das hat mich echt genervt. Manu, wie ging es dir? Ja, also ich, 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 ich verstehe, was du meinst, aber ich würde sagen, dass viele, und auch gerade der Vergleich zu Band of Brothers, der kommt wahrscheinlich jetzt noch öfter, aber bei Band of Brothers hat man ja wirklich mit den Leuten, die man da verfolgt, extremst mitgefühlt und konnte sich nicht identifizieren, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man war halt investiert, ne? Und das war, fand ich, in der Gesamtheit der Serie jetzt Masters of the Air deutlich weniger. Bei mir der Fall. Vielleicht durch die Fülle an Charakteren, die es einfach gibt. Aber so mit den, ich sag jetzt mal, vier Hauptcharakteren, die fand ich schon zumindest, also unterscheidbar und auch hatten verschiedene charakterliche Züge und Buck und Bucky waren sich vielleicht relativ ähnlich, aber Crosby und Rosie, fand ich schon, haben sich davon abgesetzt so. Und ja, die anderen, die sind dann, glaube ich, ja, wenig, wenig wichtig leider gewesen, ja. Da kann ich wirklich nichts, nichts anderes zu sagen, hast du recht. Also das sind ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, die Hauptcharaktere. Später kommen noch ein paar andere dazu, die dann im Outro irgendwie wichtig werden, weil die ja auch auf Waren, Begebenhalten beruhen. Dafür aber viel zu wenig in der Serie drin vorkommen. Ja. Aber so war, also es gab zwar viele Charaktere, weil wie gesagt, die hatten viele Verluste, es wurde viel nachgerückt. Du hast aber auch Beziehungen zu Leuten, die auf der Station arbeiten, also die zum Beispiel im Kartenraum arbeiten oder halt auch die Befehlsebene. Du hast, es gibt auch ein paar Charaktere, wie zum Beispiel zu Krankenschwestern oder halt die in der Versorgung arbeiten. Dann hast du noch ein paar, den Mechaniker zum Beispiel, es gibt ja einen Mechaniker, zu dem man auch irgendwie Bezug aufbaut im Laufe der Serie. Bis man die dann fünf Folgen nicht mehr sieht. Ja, ja, tatsächlich, genau. Ja, aber gut, okay, das hat ja auch seine Grund, ne? Ja, ja, klar. Aber tatsächlich, es ist halt anders. Überleg mal, du hast halt eine Truppe von Piloten, die Flugzeuge fliegen und da hast du natürlich dann während den Kampfeinsätzen halt viele Szenen von Flugzeugen, die in der Luft fliegen, die vielleicht auch mal nicht mehr in der Luft sind. Oder du hast halt Momente, wo du halt mal kurze Cuts in den Flugzeugen siehst, wie halt zum Beispiel jetzt gerade Austin Butler, ne? Mir hat ja ein guter Buck oder Bucky, einer von beiden. Wenn er plötzlich dann nicht mehr sein Sunnyboy-Face im Gesicht hat, sondern einfach nur seine Sauerstoffmaske. Kurz Info dazu, ich muss es kurz erwähnen, weil ich Klugscheißer bin. Die Besitzenbomber hatten keine Druckkammer, das heißt, die sind auf hohen Höhen geflogen und dann musst du an einer gewissen Höhe, brauchst du ja Sauerstoffmasken. Und die waren auch komplett offen überall, damit die Maschinengewehr, Schützen, da die Flugzeuge abschießen konnten. Das heißt, da oben war halt eiskalt, Nummer eins. Und Nummer zwei, es war halt kein Sauerstoff-Dings da. Deswegen mussten die alle ihre Sauerstoffmasken tragen. Das heißt, am Ende des Tages siehst du im Flugzeug, die mit ihrer kompletten Montur, mit Kappe, Mundschutz, das heißt, du siehst nur den in ihrer Augen. Und wenn dann plötzlich der gute Austin Butler nur noch seine Kommandos durchs Mikrofon brüllt, dann fällt es mir leichter, ihn ernst zu nehmen, als wenn er mir mit seinem Sunny-Boy-Face mich angrinst. Das fällt mir da leichter, ihn ernst zu nehmen als ohne. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dann hat es ja auch noch was Gutes, dass man sie kaum noch erkennt. Aber das passiert halt in den Flugzeugen oder halt außerhalb der Flugzeuge. Weil die bedienen halt eine Maschine. Bei Band of Brothers geht es ja vielmehr um die Soldaten, die im Graben sitzen oder die sich hinter einem Busch verstecken. Das ist ja nicht so, dass du eine Panzerbesatzung zum Beispiel verfolgst. Das ist ja auch nicht mal das es gegeben. Sondern du hast da einzelne Charaktere gehabt, die haben auf jede Sekunde alles, was passiert hat, die reagiert. Und das hast du halt hier weniger, weil du halt viel mehr von außen siehst durch das Bedienen der Maschinen. Kann das vielleicht ein Grund sein? Nee, ich denke einfach, sie haben mit den Charakteren den Fehler gemacht, dich einfach wieder mitten reinzuwerfen. Bei Band of Brothers hast du halt die Ausbildung mit. Und das macht viel, viel aus. Das stimmt. Du hast eine Möglichkeit. Ja, ja, ja. Du hast recht. Du baust da nämlich dann, also zumindestens mir ging es so, da baust du deinen Bezug auf. Da hast du dann die einzelnen Charaktere, die schön vorgestellt werden. Und du wirst nicht so einfach mitten in diesen Haufen reingeworfen. Wenn die älter werden später, finde ich, kannst du besser auseinanderhalten. Aber wenn die da alle so jung mit ihren 20 dastehen, sehen die echt alle gleich aus. Und ich habe nachher gedacht, um Gottes Willen, wer ist jetzt wer? Und das ging mir ein paar Folgen lang. So, aber du hast gerade eben schon die Lufthoheit angesprochen. Die Luftkämpfe. Wie haben die euch gefallen? Wie fandet ihr die Inszenierung? Und gab es da auch Momente, wo ihr gedacht habt, hey, das hätte ich vielleicht gerne im Kino gesehen? Das Problem ist natürlich, dass man seit Top Gun Maverick eigentlich nichts mehr gucken kann, was irgendwie in der Luft stattfindet. Weil das einfach, das ist ja absolutes Next Level, was da passiert ist. Und das wird jetzt immer in meinem Kopf als Maßstab herhalten müssen. Was ein bisschen gemein ist bei so einer Serie, die sich jetzt wirklich nur in Folgen lang mit Luftkampf beschäftigt. Und natürlich nicht das Budget hat, das auch zu tun. Und es sind natürlich auch andere Kämpfe, die hier im Grunde passieren, weil es ja jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, langsame Bomber sind, die Ziele abwerfen, oder Bomben auf Ziel abwerfen und sich natürlich gegen deutsche Jäger verteidigen müssen. Aber man hat jetzt weniger dieses Dogfight, wie man jetzt vielleicht bei Fighter gegen Fighter hätte. Oder Jäger dagegen Jäger. Und ich fand es dann manchmal schon ein bisschen, ja, habe ich schon ein bisschen was vermisst, was irgendwie so jetzt Übersichtlichkeit angeht. Wenn jetzt doch dann mal Flugzeuge ankamen oder von, ich sage jetzt mal, von beiden verschiedenen Nationen jetzt auch gerade sehr viele Flieger in der Luft waren und man musste erst mal für sich überhaupt abklären, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse, dann auch auf die Distanz. Und man weiß gar nicht, wie die Flieger von den anderen aussehen. Das war extrem schwierig. Aber das waren natürlich schon auch dann, waren es die Momente, die dann, finde ich, so einen investiert haben. Weil da ist dann natürlich die Gefahr, dass man jetzt, okay, man hat jetzt Angst um seine Protagonisten, weil jetzt sind sie wirklich da, wo sie einfach sterben können und Dinge passieren können. Und das fand ich schon, was das angeht, eigentlich ganz gut gemacht. Es war, ja, es hat hohe Erwartungen und die wurden so okay erfüllt, würde ich sagen. Und viel ist dann, wir kommen da sicherlich noch drauf, was dann auch einfach CGI angeht, was man halt die ganze Zeit, sage ich jetzt mal, sieht, aber auch schon ganz gut aussieht. Das wären so meine Hauptpunkte dazu. Kenny? Mir, also, es ist schwierig. Als die ersten Luftszenen kamen, war ich ein wenig enttäuscht von der Optik. Ich glaube aber, das ist dem zu Schulde getragen durch die aktuelle Situation mit CGI. Es ist aber da gerade sehr viel tot diskutiert, dass das CGI nicht mehr so gut aussieht wie vor 10, 20 Jahren. Egal welcher Produktion, egal ob das jetzt Filme sind, Marvel oder was weiß ich, das trifft auch hierzu. Also mir hat es anfangs nicht gefallen, aber das ist nur anfänglich so. Was dann da passiert, ist tatsächlich gut umgesetzt. Also das funktioniert. Auch die Cuts zu Indienflugzeugen sowie außerhalb, dass du ja wirklich begreifst, was passiert da gerade, was machen die da, wo sind die gerade ungefähr. Das verstehst du schon. Und das ist wirklich gut gemacht. Und es gibt dann halt später Folgen, wo das halt fast gar nicht mehr passiert. Und dann bist du froh, wenn es dann endlich mal später wieder eine Luftszene gibt, wo du denkst, oh ja, endlich passiert mal wieder ein bisschen Action. Also, ne, anfangs so optisch so, und dann später willst du es haben und du kriegst es nicht. Das ist ganz merkwürdig. Du wirst angefixt und dann kriegst du es nicht mehr. Wie so eine Droge, die dir weggenommen wird. Das ist, aber es ist trotzdem Hauptteil dieser Serie und sie hätte schöner gemacht werden können. Aber wie ging es euch optisch? Wie, wie, wie war das? War das zu clean oder irgendwas? Weil ich hab mir angeguckt, hab mir so, irgendwas stimmt da nicht und was stimmt denn da nicht. Und dann hab ich überlegt und hab ich auch nochmal jetzt gestern Abend nochmal den Vergleich zu Band of Brothers gezogen, hab mir dann noch ein paar Folgen angeguckt. Und ich glaube einfach, also ich glaub Band of Brothers, das ist eine Vermutung, weiß ich grad nicht, wurde, glaub ich, noch mit Filmrolle gedreht oder hat noch so einen komischen Chrisselfilter irgendwie drüber. Das sieht aus, als ob's quasi 1945 aufgenommen wurde und dann nachbearbeitet wurde. Das hier sieht richtig clean aus und sauber. Und ich glaub, das ist das Problem. Es ist zu sauber, zu clean, zu scharf. Da müsste irgendwie ein bisschen, dass du das Gefühl hast, das ist lange her. Irgendwie eine Art Filter irgendwie drüber. Aber ich glaub, dann wird das besser funktionieren. Vielleicht noch ein bisschen krisselt oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwas ist nicht ganz stimmig bei der Optik. Also ich fand die Luftkämpfe sehr dynamisch. Ich fand auch den Soundtrack während der Luftkämpfe super. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und hat mich dann auch echt aus meiner Wer-ist-its-wer-Charakter-Frage rausgezogen. Ja, es gibt ein paar CGI-Momente, gerade wenn sie im Cockpit sitzen und den Kopf drehen oder die Kamera außenrum geht, da siehst du schon, das sieht schon nicht so dolle aus. Aber wie gesagt, also Vorab-Version, das kann gut sein, dass die das noch fixen. Die restliche CGI hat mir ganz gut gefallen. Ich fand's jetzt nicht zu clean. Es gab halt so Momente, wenn du halt die Kamera von oben hast, du siehst die ganzen Bomber und die Jäger, die sie begleiten. Da gab's schon Sachen, wo ich gedacht hab, oh Mann, das hätte ich tatsächlich gern mal auf einer großen Leinwand gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Das waren schon enorme Schauwerte dabei, die, wenn dann gerade irgendwie eine Armee von Fliegern reinfliegt oder gerade jemand, eine ganze Armee denen entgegenkommt und dann sie durch die Flak-Anlagen fliegen oder ja, solche Szenen waren schon, wären schon cool gewesen auf der großen Leinwand, wie in meinem Wohnzimmer. Aber ich wollte noch kurz was zum Look aufgreifen, denn ich bin da tatsächlich ganz bei dir und ich glaube, dass ein Problem für mich ist, warum man nicht so richtig dieses, bei mir kommt dieses Gefühl nicht so richtig rüber, wie schlimm Krieg eigentlich ist und ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass der Look so clean ist und man sieht halt die ganze Zeit, jetzt gerade in Luftkämpfen, dass es CGI ist, was nicht unbedingt schlecht ist, aber man sieht es halt immer, dass es so ist. Damit muss man sich, glaube ich, dann einmal abfinden. Aber es sieht wirklich einfach unfassbar sauber aus und das von, also finde ich auch später noch immer und das nimmt für mich sehr viel von dieser Echtheit und dieser Brutalität und wie es den Leuten wohl gehen wird, einfach raus. Es sieht einfach alles sehr gesättigt und sehr schön aus und das war für mich so ein Ding, wo ich dann eben einfach weniger investiert war als bei Bind of Brothers zum Beispiel. Okay, aber einigen wir uns drauf, dass der Typ, der unten an diesem Ziel-Ding hockt und sagen kann und sagt, jetzt schmeiß die Bomben ab, dass das der beschissenste Job von allen ist. Nee, ich glaube... Weil der kriegt als erstes die Flagg nämlich ab. Ja, weiß ich nicht, kann sein. Also jetzt nach der Serie würde ich behaupten, dass der Typ, der unten in dem unteren Geschütz sitzt, also der was nach unten zeigt, in dieser kleinen Box da, in dieser kleinen Kammer, wo noch ein Deckel drauf ist, wo du manchmal sogar gar nicht rauskommst und dann eingeklemmt bist und einfach mit dem Flugzeug abstürzt und darfst im schlimmsten Fall. Ich glaube, das ist der beschützendste Job. Ja gut, aber der Zielmann ist ja auch gesichert mit so einer Riesenluke. Naja, aber der ist allerdings in dem... Nee, dann kommst du auch nicht mal raus. Der ist allerdings vorne in dem vorderen Bereich unter dem Piloten. Der sitzt ja ganz vorne. Der andere sitzt da unten, dieser kleinen Kanzel, dieser Glaskugel, die ganz unten ist. Okay, beides Kacke. Beides Kacke. Beides Kacke. Beide Kacke. Wäre so ein Ding, ich hab da so genau, wäre jetzt alles, wo sitzt und so, muss ich sagen, hab ich echt auch gar nicht richtig gecheckt. Also da, das meine ich so ein bisschen mit Übersicht. Da hat mir manchmal so ein bisschen Übersicht oder auch, ja, vielleicht hilft einfach Vorwissen in dem Fall. Aber also, das hab ich so genau alles gar nicht realisiert, muss ich sagen. Na doch, mich hat schon ein bisschen interessiert, hab da noch ein bisschen Zwischenrecherche betrieben. Also, diese CB-17 heißt nicht ohne Grund fliegende Festung. Also, die ist ja wirklich stark bewaffnet. Du hast da oben die zwei Piloten, dann hinter denen sitzt ein Turm, der drehbar ist. Dann hast du unten noch so eine Glaskugel, wie gesagt, ein Geschütz, was nach unten alles absichert. Dann hast du vorne ein Geschütz. Dann hast du hinten im Schwanz hinten, hast du noch zwei Geluken, die aufgeben, wo zwei Maschinengewehrschützen sitzen. Und hinten im Arsch hast du noch einen, der da ganz hinter kriecht. Also, das Ding kann wirklich in alle Richtungen schießen und sich verteidigen. Deswegen der Begriff Fliegende Festung, das ist Wahnsinn. Das ist auch, würde ich sagen, rübergekommen. Aber was jetzt genau irgendwie wo, wie sitzt, hab ich jetzt im Zuge der Serie einfach, glaube ich, nicht verstanden. Sie haben es auch nicht groß etwas erklärt. Das ist das. Da fehlt mir echt so ein bisschen. Wir haben hier neun Folgen, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Und dann kommen wir auch gleich so zu den ersten, zumindest meiner Kritikpunkte. So die ersten drei, vier Folgen, die ersten drei fand ich richtig gut. Die haben mir richtig gut gefallen. Aber dann wurde es mir auch zu langweilig, weil du hast ein Muster gehabt, das sich zwar jetzt nicht ständig wiederholt, aber diese Aspekte waren in jeder Folge drin, fliegen, saufen im Offiziersclub, irgendwelchen Mistbubbeln, Tussis angraben und dann geht es vielleicht nochmal wegen ein bisschen fliegen. Und das hat mich irgendwann angefangen wirklich zu stören und ich dachte, wenn ihr das jetzt neun Folgen lang mit dem Muster durchzieht, oh, dann wird das ein schweres Brett. Ging es euch da auch so oder habt ihr gesagt, nö, fand es gut so? Haben sie ja nicht. Also sie haben es ja dann nicht ja, aber erst ab der erst ab der vierten. Aber die ersten drei laufen genau so nach diesem Schema ab. Also so ging es mir zumindest. Ja, ich meine, ja, nee, sag du erst mal. Also ich hab, ich hatte die ersten drei Folgen am Stück geguckt und das mussten wir erst mal schaffen, dass ich bei solchen Serien, die jetzt so eine Laufzeit von 45 bis 50 Minuten haben, ich drei Folgen gucken kann. Also ich, meistens gucke ich irgendwas, eine Folge, dann mache ich aus und am nächsten Tag gucke ich vielleicht die nächste Folge. Natürlich kam jetzt hier der Zeitdruck in Anführungsstrichen mit dazu, weil wir ja hier eine Abgabefrist haben, wir uns auch die Aufnahmen absprechen müssen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem Bock. Also ich saß wirklich da und wollte eigentlich weitergucken nach den drei Folgen. Konnte ich aber nicht, weil ich ins Bett musste, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und dieses Gefühl, dass du weitergucken willst, das musst du erst mal schaffen. Und die ersten drei Folgen sind wirklich stark. Dann gibt es noch die Folge 6. Die hatte ich ja schon, wo wir uns geschrieben hatten, schon erwähnt. Die hat mich richtig gecatcht, die war richtig gut. Dazwischen war, glaube ich, kurz mal so ein kleiner Downer. Und danach war auch noch mal so ein bisschen so anstrengend, sag ich mal. Was aber, glaube ich, jetzt nicht an der Serie selbst liegt, sondern an den Geschehnissen, die da passieren, weil die einfach sehr deprimierend sind. Aber ja, also die ersten drei Folgen sind wirklich stark, gebe ich dir voll recht. Ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Aber man hat wirklich Bock, weiterzugucken. Es ist nicht so, dass du denkst, ich gucke mir jetzt eine Folge an, dann gucke ich mir noch eine an. Aber vielleicht ist es ja auch so gemacht. Kommen nicht erst die ersten drei Folgen raus und dann wöchentlich eine? Nee, erst die ersten zwei. Erst die zwei, okay. Na gut, dann bist du ja gut gecatcht, wenn sie rauskommt. Das heißt, ihr könnt euch da draußen freuen, wenn die Serie rauskommt. Ihr habt die ersten zwei Folgen und ihr wollt unbedingt die dritte sehen. Verspreche ich euch. Ja, also ich fand das auch, ich hätte, hat mich eigentlich jede Folge so drauf gefreut, okay, was wird wohl die nächste Mission? Weil ich auch fand, dass die Missionen unterschiedlich genug waren, die gezeigt wurden, um immer wieder was Neues reinzubringen. Und es war ja eben bei den Amerikanern so, dass sie durch dieses Norden-Bombensichtungsgerät eben auch versucht haben, ja strategisch einzelne Ziele anzugreifen und nicht jetzt flächendeckend einfach eine Stadt zu bombardieren. und welche Ziele sie jetzt immer rausgesucht haben und ob das jetzt funktioniert hat oder nicht und mit wie viel, was der Plan ist und so, das fand ich eigentlich schon immer ganz gut. Und meine, ich glaube, es war Episode 5, da wurde dann halt die Mission über Münster geflogen und Münster ist meine Heimatstadt. Da war ich dann nochmal doppelt investiert und am Ende crashed tatsächlich noch einer der Piloten in Osbeewan, was das Kaff nebenan ist und ich denke mir nur, so what the fuck? Also da hatte ich dann irgendwie auch nochmal so einen anderen Bezug, der mich da, ja, reingebracht hat. Und das habe ich dann tatsächlich gegen Ende auch schon ein bisschen vermisst, weil dann ja deutlich weniger Luft-Action am Start gewesen ist, einfach aufgrund der Ereignisse, die passiert sind. Und ja, da hätte ich mir dann irgendwie gerne Episode 1 bis 3 jetzt nicht zurückgewünscht, aber einfach da ein bisschen mehr in der Richtung nochmal erhofft. Ja, ich habe so Abfolge 4, wo es dann auch so ein bisschen zur Abwechslung kommt, halt hinter feindlichen Linien, das ist jetzt kein großer Spoiler, dachte ich mir, okay, das könnte interessant werden, aber sie haben es leider so, für mich, so lasch inszeniert, dass es mir wirklich egal war. Ich fand, das war nicht spannend. Die treten von einem, wie soll ich sagen, von einem Positiven, die kommen dann zum nächsten, dann kommen sie dann da aus Versehen, dann doch zu den Partisanen und dann hier und das war mir alles einfach zu Spannungsarm und was sie auch gemacht haben ist, sie wechseln währenddessen dann zu anderen Charakteren, die in dem Offiziersclub tanzen, wo ich mir denke, Leute, das Timing müssen wir aber nochmal üben. Seht ihr das auch so, oder war es vor? Ja, es wurde, ja, ich fand auch, es wurde, also wir reden jetzt ja darüber, das ist ja jetzt kein Spoiler, wie du schon sagst, es werden Flugzeuge abgeschossen und das heißt, man begleitet einfach am Ende auch Leute am Boden und nicht nur in der Luft und da hat man dann natürlich zum einen Band of Brothers Vergleich direkt wieder da und zum anderen ist es dann einfach was anderes, als was man vorher gesehen hat und dadurch, dass man aber dann auf einmal so viele Schauplätze aufmacht und dann zum Beispiel auch noch auf einmal ein anderes Geschwader reinbringt und so weiter, wird echt viel hin und her geschnitten von ich bin jetzt hier irgendwie in einem Arbeiterlager zu ich bin jetzt hier wieder an der Base oder ich bin, wie du sagst, jetzt in einer Bar oder in einem Nachtclub und so und das fand ich auch tatsächlich schwierig und hat einen oft ja auch rausgerissen dann wieder aus der Situation, in die man sich jetzt gerade hat reinfallen lassen oder von der man vielleicht auch gerade so ein bisschen ja ich sag jetzt mal angetan sein sollte und das also da bin ich auf jeden Fall bei dir und dann hat man manchmal so 30 Sekunden mal kurz wieder einen Schnitt zu einem rüber und dann wieder zurück und denkst du ja okay das warum das hätte man jetzt auch irgendwie lassen können ich hatte mir jetzt im Nachhinein noch ein paar Dokus mir angeschaut zu dem Thema von wo auch so Zeitzeugenberichte und sowas erwähnt wurden und da wurden noch Fragen gestellt an die Leute quasi so wie es denen ging wenn die zum Beispiel gelandet sind und der Unterschied zwischen diesen Fliegerpiloten und den Soldaten im Graben oder allgemein die Bodentruppen die da sind die Piloten wenn die zurückkommt wenn landen dann können die sich schön in Ruhe duschen und sind auf sicherem Gelände dann haben die da ihre Offiziersmesse und was weiß ich und können komplett abschalten der Soldat der im Graben liegt ist immer an der Front es sei denn er ist jetzt mal gerade nicht an der Front aber die haben nicht die Möglichkeit mal abends sich irgendwo schön ins Bett zu legen schön in die Messe zu gehen und zu essen sondern die sitzen halt immer im Dreck haben keine Möglichkeit sich irgendwie ein bisschen Luxus zu gönnen ne und die Piloten schon und ich glaube das ist in dieser einen Folge so gemacht dass du diesen diesen Widerspruch hast auf der einen in einem Moment passiert den einen was schrecklich ist während die anderen an der Messe sitzen und zusammen eine schöne Zeit haben ich glaube das war das war ein Stilmittel das sollte die auch die Kontroverse in diesem Krieg darstellen dass während die einen an der Front gekämpft haben und gestorben sind haben andere sich schön gefeiert und haben das Leben genossen ich glaube das sollte mit Absicht so gemacht sein also ich verstehe dass du da eine Diskrepanz hast zwischen diesen zwischen den Gefühlen aber ich glaube das war gewollt ja das kann sein es gab nur diesen Gegensatz gab es halt finde ich einfach nicht es gab nicht den Gegensatz von der Infanterie die sich jetzt irgendwie die halt wirklich gerade ein richtiges Kackleben führt und da jeden jede Sekunde ums Überleben irgendwie kämpft den jetzt nicht gesehen in der Serie weil es eigentlich ja schon nur um die Piloten ging und wenn da jetzt mal wer abgestürzt war war es schon was anderes als ja man muss sich jetzt hier irgendwie ja durchkämpfen sag ich jetzt mal darum ich verstehe was du meinst aber ist dann für mich einfach dieser Kontrast nicht unbedingt ja vor allen Dingen haben sie halt es gibt ein paar Momente wo ich gedacht habe oh jetzt könnte es wirklich brenzlig werden da dieser diese Szene im Zug aber das ist einfach schlecht inszeniert und was mir auch echt sauer aufgestoßen ist gerade bei so Serien wo ja wirklich viel auch auf Kleinigkeiten geachtet wird und geachtet wird und man ja auf Authentizität schon einen gewissen Wert legt da hörst du dir die Deutschen an und was die da babbeln ist alles aber kein Deutsch und ein Kauderwelsch zwischendrin wo ich echt gedacht habe Leute also da hätten wir wenigstens ein bisschen besser recherchieren oder sich zumindestens mal deutsch sprechende Leute geholt die das besser rüberbringen weil die wenn sie dann anfangen mit los und schreien rum dann ist es okay dann verstehst du auch Deutsch aber wenn dann die Offiziere nebeneinander stehen dann quatschen die und dann ist es Schuhbrennselbaum Aua und dann halt auch noch so gemurmelt ja wo ich merke okay im Originalen ich hoffe sie fixen es noch klar im Deutschen wirst du das nicht haben aber das da habe ich gedacht sag mal also und da gibt es einige Szenen es ist auch so später in diesem in diesem Arbeitslager da steht ein Grammophon das aussieht als ob es frisch aus der Fabrik ist der Boden sieht sauber aus das ist kein Arbeitslager das ist ein Gefangenenlager das ist ich möchte das bitte unterscheiden weil ich glaube mit den Soldaten ging es weitaus besser als den Leuten in den Arbeitslager aber selbst in einem Gefangenenlager gibt es so einen Luxus glaube ich eher selten oder wenn nicht sogar gar nicht weil die sollen sich ja da auch nicht wohlfühlen und das sah auch wirklich sehr sehr sauber aus und die konnten da ordentlich tun und machen und planen und das hat mich so echt so ein bisschen gestört wo ich gedacht habe naja das hätte da inszenatorisch auch ein bisschen besser weil die haben halt alles kontrolliert und da kannst du nicht also das das hat für mich überhaupt nicht reingepasst also wie er gerade schon erwähnt hat wir haben das Thema Strafgefangene Lara die berühmten Stalax ein Käfig von der Helden lässt grüßen Soldaten in Kriegsgefangenschaft gehörten zum Schutz der Genfer Konvention die gab es damals schon das heißt Soldaten hatten einen anderen Anspruch als jetzt zum Beispiel ist leider Gottes Leute vor allem Juden und andere Randgruppen die in den KZs zum Beispiel jetzt interniert waren das ist ein grober Unterschied ist ein großer Unterschied inwieweit das inwieweit das jetzt authentisch ist kann ich leider Gottes nicht sagen ich habe wirklich nicht viel Ahnung wie die Zustände in den Strafgefangenen Lagern waren jetzt in Wirklichkeit man kann es natürlich jetzt schön sagen ja beim Käfig von der Helden ging es denen ja richtig gut das ist glaube ich ein schlechter Nachweis würde ich jetzt behaupten ich bin mir sicher dass da immer irgendwelche Leute irgendwie was versucht haben zu drehen dass denen da so gut wie möglich ging dass die da irgendwas versteckt haben immerhin gab es ja regelmäßig diese Baracken Durchsuchungen aber mit dem Grammophon genauso wie auch diese Bibliothek die es da gab weiß ich weiß ich nicht keine Ahnung ob das auf irgendwelchen Grundlagen basiert oder nicht schwierig aber ich weiß was du meinst also die haben manchmal Situationen wo die halt übrigens streng behandelt wurden und mit Baracken Durchsuchungen und im nächsten Moment sitzen die irgendwo in einem Gemeinschaftsraum und haben da eine schöne Zeit also das kam da wirklich vor den Punkt gebe ich dir wirklich also das mit dem mit ihrem Verstecken und so alles gut aber ich glaube mir dass die Nazis sich um die Genfer Konvention gekümmert hätten weil ich meine es sind auch was weiß ich wie viele Soldaten auch Piloten erschossen worden bei Lagerräumungen und sonst irgendwas also das war mir einfach das hat mich echt vielleicht ist es Dippelschisserei aber es hat mich wirklich gestört weil es einfach auch diese ganze Atmosphäre und auch so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit halt auch jetzt nicht komplett untergraben hat aber da steht ein riesen Grammophon das ganz neu aussieht und ich meine Herrgott das hätte man doch wenigstens hätte das doch wenigstens ein bisschen dreckig gemacht aber das sind das und da gibt es auch so ein paar Sachen die mich da tatsächlich echt gestört haben von wir treiben die Soldaten auch durch die zerbombten Städte das ist auch so eine Situation gewesen wo ich mir echt an den Kopf gelangt habe weil diese Darstellung der Einwohner die natürlich stinkig sind keine Frage aber das hat mich an alles erinnert und nicht an Krieg sondern eher an die Bauern von Resident Evil 4 die mit einer Mistkabel dastehen und dann in die Kamera schreien tötet sie alle und das ist das ist eigentlich schade ging es euch ich glaube das das ist die Mittel weil gezeigt werden soll das Ding ist bei Piloten die Fliegende langschmeißen die Bobben ab fliegen zurück und landen und wissen nicht was sie da angerichtet haben ich glaube das sollte ein Stilmittel sein dass du mal dass den Piloten gezeigt wird was sie da eigentlich verursachen wenn sie diese Bombenangriffe fliegen um auch mal ein bisschen die Moralkeule zu schwingen ein bisschen ja aber Kriegskritik gibt es oft genug oft genug sagen sie ja aber wir nicht genug ihr fahrt da Bomben runter das gibt es schon ein paar mal sie haben es halt ein bisschen spärlich verteilt und halt finde ich auch nicht richtig ja richtig glaubwürdig sondern das ist halt wirklich so mit kurzen Zeigefinger gehoben und gesagt ach übrigens da sterben ein Arschvoll Zivilisten und sie sagen es auch oft daher ist diese Szene und so wie sie dargestellt wird habe ich mir gedacht ich kenne das was also das könnte in einem C-Movie-Film bringen das ist in Ordnung aber in so einer Serie hat es meiner Meinung nach nichts zu tun also auch nichts zu suchen aber gut habt ihr noch welche Kritikpunkte die ihr jetzt gerne loswerden möchtet sonst wird das Ding ewig schlagen also ich wollte ganz kurz vielleicht einfach entgegen ich fand die Deutschen die Deutschreden eigentlich ganz gut ich weiß mir ist jetzt irgendwie nicht unbedingt zu viel aufgefallen dass es jetzt irgendwie ja völlig abstrus war aber vielleicht habe ich auch zu wenig was das angeht auf den Inhalt geachtet jetzt aber ich fand es erstmal gut dass ich frage mich wie das in der Originalversion dann sein wird dass sie halt Deutsch geredet haben und nicht jetzt irgendwie ja irgendein Englisch oder so und dann weiß man gar nicht mehr wer jetzt eigentlich Engländer ist und wer Deutscher ist oder so das fand hat mir eigentlich ganz gut gefallen muss ich sagen und generell bin ich auch ein bisschen bei dir was jetzt halt die letzten Episoden angeht dass es alles ein bisschen es fällt da schon ein bisschen ab würde ich sagen im Vergleich zum ersten und generell hat man glaube ich so ein bisschen das Gefühl dass die ich glaube auch dadurch dass es hauptsächlich Luft ich sag mal ja Luft Aktionen oder Angriffe sind die ja quasi relativ weit weg vom Boden sind ist man als Zuschauer auch einfach so ein bisschen distanziert von dem ganzen Kriegsgeschehen und das hat sich dann fand ich so ein bisschen durch die Serie halt durchgezogen aber sonst haben wir glaube ich schon jetzt über doch einiges einiges gesprochen Kenny Kritik äußerst die Kritik tatsächlich genau das Ding wobei ich möchte gerade mal kurz zurück zu der Bezogenheit wenn du sagst das waren Situationen die bei dir in der Nähe wo du wohnst passiert sind ich wohne in der Nähe von Leuna die berühmten Leuna-Werke die früher zu IG Farben gehört haben und jetzt bei der Weltkrieg IG Farben da klingelt es vielleicht bei einigen das war natürlich ein militärisches Ziel und auch Bombe de Mars haben hier viel verursacht also hier ist es wöchentlich kommt es irgendwo vor dass irgendwas irgendwo gesperrt wird weil irgendwo wieder eine Weltkriegsbombe gefunden wurde die entschärft werden muss das ist ja ganz üblich bei euch sicherlich auch und ich als Ossi ne habe natürlich auch einen kleinen Bezug zu Dresden auch wenn ich jetzt das hat hier gefehlt was aber daran liegt dass diese Bombegruppe die wir hier in dieser Serie sehen nichts mit Dresden zu tun hat und die haben den Einsatz nicht geflogen und wir reden ja von Präzisionsangriffen was die ja gemacht haben die haben wirklich präzise Angriffe auf militärische oder Infrastrukturziele geflogen oder auch industriell ne das heißt die haben genau das bombardiert was bombardiert werden musste später im Krieg wurde ja gewechselt zu Großflächenbombern um was gerade wie in Dresden was militärisch absolut unnötig war und genauso wie zum Beispiel bei Oppenheimer die Kritik fehlt ob das denn alles moralisch so richtig war eine Atombombe auf zivile Städte zu werfen fehlt mir auch hier die Kritik ob denn solche Sachen unbedingt notwendig waren später im Laufe des Krieges und das das fehlt mir hier ein bisschen aber das passiert irgendwie immer wenn irgendwelche Sachen erzählt werden wie zum Beispiel auch die ist jetzt ein Beweiltergeword aber die es gibt einen japanischen Film über Fukushima wo auch die nicht kritisch hinterfragen was sie da gemacht haben und mal sagen ey da sind ja ein Haufen Leute beigestorben oder so die Folgen die da passiert sind das fehlt auch hier leider Gottes was auch daran liegt weil natürlich die Amerikaner die Geschichte erzählen und die wollen natürlich so glorreich wie möglich dastehen und das schaffen sie ja irgendwie auch also die Serie lässt alle ziemlich glorreich dastehen und alle als Helden gerade zum Schluss gibt es eine tolle Szene natürlich wieder wo es um eine Flagge geht ne es gibt dann übelst Militäreinsätze und einer von denen hat nichts besseres tun als irgendwo auf ein Gebäude zu springen und da eine Flagge anzubringen während er angeschossen wird das ist in meinen Augen einfach nur dämlich statt dass du dich versteckst oder irgendwo in Deckung gehst weil dir abgeschossen werden könntest nein du willst als Held im Kampfgeschehen auf dem Dach klettern und eine amerikanische Flagge anbringen unbedingt ganz wichtig ich meine die Amis werden sich drüber freuen yeah America aber wir als Deutsche werden als Ersatzdenken so ha hm okay alles klar also mir fehlt ein bisschen dass das der Demut hinter dem ganzen Geschehen wie viele Menschen in den ganzen Krieg gestorben sind egal auf welcher Seite darum geht es nicht dass das das fehlt mir leider Gottes einfach dieses Kritische dahinter wie viele Menschen gestorben sind und dass das das alles müssen wir dort wieder zu glorreichen das hat Band of Brothers zum Beispiel besser gemacht dass du das das Elend auch von den Soldaten gesehen von den Leuten die gestorben sind dass das auch für die emotional dass sie damit zu kauen hatten und da das das fehlt mir leider Gottes ja ich fand das war auch eigentlich wirklich nur einmal kurz Thema ich hatte ja gerade schon gesagt das war öfter der Fall aber in einem Nebensatz oder so weiß ich nicht das zählt für mich irgendwie nicht glaube sie haben wirklich nur einmal fand ich das war tatsächlich bei dem Angriff auf Münster weil sie da den Bahnhof bombardiert haben und der ist halt in der Stadt ne und da hat man dann halt natürlicherweise zivile Opfer da wurde glaube ich diese Frage kurz aufgeworfen aber dann auch vom was ist das Oberstar Offizier oder ich weiß es nicht einfach ja fast weggewischt ne also da war fand eigentlich kaum statt diese Kritik also das hätte ich mir auch mehr gewünscht gut dann als Letzte dann hau mal die Schnellkritik raus was mich ab der vorletzten Folge tatsächlich so ein bisschen wieder gecatcht hatte waren die Red Tails also die erste schwarze Piloten Kampfeinheit was ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich ist da ja die Amerikaner die Europa ja von den Nazis befreien wollten selbst mit ihrem Rassismus ordentlich was zu tun hatten und zwar gegenüber den Schwarzen die sie ja für laut einer Studie damals 1925 für zu dumm erachtet haben Piloten zu werden oder sonst irgendwas und zu feige weil die ja sowieso abhauen da dachte ich oh das hätte mir glaube ich vielleicht sogar als ganze Story als ganze Serie hätte mich das vielleicht mehr interessiert da hätte mich die Story vielleicht mehr gepackt und das wäre eigentlich auch nochmal echt eine Serie wert ging es euch auch so oder habt ihr das weggewischt und habt gedacht ja gut das war für mich so nebensam sehr schade wie schnell es abgehandelt wurde oder wie es abgehandelt wurde weil ich hatte öfter das Gefühl dass auf einmal tauchen Charaktere und Leute und Dinge auf und die sind dann jetzt für zwei Folgen da und danach wieder weg und das war das Paradebeispiel davon also auf einmal hat man diese zusätzliche Fliegerstaffel ich finde sie in dem na in dem wo der eine Pilot am Ende interviewt wird das fand ich eine sehr starke Szene aber ich bin da bin ich auch ganz bei dir also das ist sicherlich genug Material für einen eigenen Film oder Serie und das kommt auf jeden Fall viel zu kurz also einen Film gibt es schon der ist übrigens gar nicht so arg schlecht den kann man sich wirklich mal angucken ja Kenny sorry der heißt Red Tails ah ok da gibt es auch eine gute da gibt es auch eine gute Doku drauf die geht noch eine Stunde die kann ich echt empfehlen die ist wirklich sehr interessant als Bonus Material das ist gut zu wissen weil das wird wirklich ganz kurz angeschnitten das das passiert zum Ende der Serie wo du denkst ok jetzt jetzt führen die noch eine neue Geschichtsreihe irgendwie ein weil du wirst da irgendwo hingeworfen du weißt gar nicht wo du bist du weißt gar nicht wo die stationiert sind wo du dich geografisch gerade befindest da hab ich ein bisschen da war ich ein bisschen verwirrt tatsächlich und dann passiert es ziemlich schnell also du siehst da diese Truppe du lernst die das erste Mal kennen dann wird ein bisschen Kritik geübt dass die ja natürlich viel geringere Ränge haben als Piloten als die weißen Piloten das wird angesprochen das ist ja auch gut und ok aber das hätte man irgendwie früher einbauen können finde ich dass dieser Strang sich ein bisschen vermischt weil so wirkt es halt wie er kommt das stopft von auch irgendwo rein und ich finde das hat die Geschichte mehr verdient dass die besser ausgezählt wird als nur so reingestopft dieses Gefühl des ja klatschen wir irgendwie dran so das ist das ist nicht Teil der Handlung und das wird einfach nur so oder wenn du jetzt sag mal einen Film hättest und du kannst das da mit reinmischen weil das wird ja dann später führt das ja zusammen in diesen Kriegsgefangenen lagern weil die ja Ende in den gleichen Lagern landen das ist ja okay aber so wie sie es eingeführt haben hätten sie es an einem anderen Punkt besser machen müssen oder oder detailreicher dass du mehr Bezug zu den Leuten hast dass du mehr mehr emotionalen Zuwachs zu den Leuten hast weil so weil es eigentlich ein wichtiges Thema ist und so wird es bis angesprochen so angestriffen irgendwie und das fand ich nicht gut das hat sich merkwürdig angefühlt vor allem zum Ende hin ja das stimmt das fand ich auch wirklich schade okay kommen wir zum zur Kurzkritik Kenny Hau raus Masters of the Air reiht sich sehr gut wie ich finde in diese Serienreihe allen in der auch The Pacific und auch Band of Brothers spielt sie ist von all den dreien Serien nicht die schlechteste nicht die beste sie ist ein schöner Zusatz finde ich das heißt wer die ersten beiden Serien schon gesehen hat kommt hier voll auf seine Kosten das ist qualitativ gut CGI mäßig haben wir angesprochen könnte sicherlich besser sein aber das ist glaube ich gerade so eine Krankheit der am Zahn der Zeit ein bisschen zu kämpfen hat weil das Problem ist überall handlungstechnisch ist das okay es gibt sicherlich Verbesserungsbedarf oder Sachen die man hätte besser machen können aber ich bin mir sicher dass auch da irgendwo ein Rotstift angesetzt wurde und irgendwelche berühmten studierten BWLer entschieden haben nee das muss man anders machen von daher eine Empfehlung für mich ist es eine sehr gute Serie die sich gut gucken lässt wo man wo man nach einer Folge die nächste gucken möchte und das brauchen wir ja bei einer Serie Manuel du darfst soll ich weiter machen ja dankeschön ja ich bin da relativ bei dir muss ich sagen ich fand es auch eine gute Serie ich hatte auf jeden Fall Spaß oder ja ich wurde unterhalten als ich die Serie geguckt habe sagen wir es so und die Negativpunkte haben wir angesprochen mein Hauptkritikpunkt ist glaube ich dass man einfach so die ganze Zeit so ein bisschen distanziert von den Charakteren und den Geschehnissen ist dadurch dass es A so viele gibt der Look so clean ist und man durch diese ja dadurch dass es eben Fliegerangriffe sind nicht wie eine Infanterie jetzt wirklich am Boden des Geschehens ist und immer so ein bisschen Distanz hat und zu wenig Kritik geübt wird aber man hat auf jeden Fall doch einiges an Luftaction gerade in den ersten Folgen zum Ende hin oder zwischendrin fällt es für mich ein bisschen ab aber insgesamt auch von der Ausstattung her fand ich es wirklich haben wir gar nicht drüber gesprochen eigentlich extrem gut und sah für mich sehr authentisch aus und darum würde ich sagen wenn man Lust auf ein weiteres eine weitere Serie in diesem Kontext hat dann kann man sich das ja auf jeden Fall anschauen gut ich war nicht so begeistert die ersten drei Folgen fand oder wolltest du noch was sagen okay die ersten drei Folgen fand ich gut Intromega dann fällt die Serie ab sie hat mir einfach auch viel zu viele Fehler was ich jetzt so nennen will okay beim CGI wie gesagt wir haben halt eine Vorabversion gehabt das kann sein dass das noch gefixt wird zum Ende hin ich fand es jetzt nicht so schlecht ich fand aber die Story lahm und die also die Storyteile die dann wirklich für mich persönlich interessant gewesen wären haben sie relativ schnell wieder abgehandelt ich bin leider ernüchtert ich hoffe falls es dann noch einen weiteren Ableger gibt dass wir uns da vielleicht Storytechnisch mal wieder ein bisschen auf ein höheres Niveau begeben trotzdem schaut es euch an habt euren Spaß für Bob-Fans auf jeden Fall trotzdem ein Blick wert ja dann würde ich sagen verabschieden wir uns und uns gibt es überall wo es Likes gibt www.tele-stammtisch.de die Homepage da könnt ihr reingucken da gibt es alle Besprechungen von jedem mit Bilder und Erklärungen allem drum und dran ich sag schon mal ciao dann darf der Kenny und als Schlusslicht der Manuel tschü tschü viel Spaß macht's gut genießt euren Frieden tschüss over and out sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi